Zweifel? Bachelor Daniel glaubte nicht an Date mit Christina. Hier sprang der Funke wohl erst spät über. An einem weißen Sandstrand wartete der Wahl Amerikaner auf seine Auserwählte, die natürlich mit wehenden Haaren auf einem Boot nahte. Doch trotz seines verliebten Blickes offenbarte der Immobilienmakler seine anfänglichen Gefühle für die 24-Jährige, bei Christina und mir war es wie im Film, wir haben viel gemeinsam erlebt. Aber hätte mir jemand noch vor Wochen gesagt, dass sich Christina mit zu den Drehamtdates nehmen würde, hätte ich das nie geglaubt. Seiner Herztamme verschwieg er seine früheren Zweifel dann aber und schien sie nach dem ersten Kuss direkt vergessen zu haben, ich bin komplett hin und weg von dieser Frau. Welche Situation für Daniel wohl ausschlaggebend für seine Wahl war? Schließlich kamen sich der 32-Jährige und seine Anwärterin erst im Viertelfinale der Show so wirklich nahe, als sie sich in Christinas Zuhause zum ersten Mal küssten. Hättet ihr gedacht, dass Daniel solche Zweifel an der Beziehung zu Christina hatte? Stimmt unten ab.